Hallo, guten Tag, herzlich willkommen im Autohaus Inoklu. Ich darf Ihnen heute präsentieren den Ford EcoSport Titanium mit LED Scheinwerfern, Alufelgen 17 Zoll, Teilleder, Privacy Verglasung, Parkdistanz. Schauen wir uns den Innenraum genauer an. Wir haben hier das Multifunktionslenkrad mit dem Limiter, Telefonfernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage, das große Display mit Navigation, 5-Gang-Schaltgetriebe, USB-Anschlüsse, Sitzheizung, Teilleder-Sitze, Sonnendach. Hier bleiben keine Ausstattungswünsche offen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen dem Ford EcoSport etwas näher bringen. Ich würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Thorsten Reck und für 200 Euro Finanzierungsrate könnte dieses Auto morgen schon das Ihre sein. Vielen Dank!